Warum verschweigt Heine in seinem Belsatzer eigentlich den Propheten Daniel? Entgegen dem Wortlaut, dass keiner der Magier die Flammenschrift an der Wand deuten konnte, war Daniel doch dazu in der Lage. Das Buch Daniel und darin die Geschichte vom gotteslästerlichen Belsatzer konnte Heine als bekannt voraussetzen. Indem er Daniel weglässt, macht er aber uns, die Leser, zu deutern des Menethekels, der Schrift an der Wand. Selbst ohne Bibelkenntnis weiß man, diese Flammenschrift kann nichts anderes bedeuten als »Belsatzer, du bist zu weit gegangen. Du wirst dafür büßen, und ich, den du verhöhnt hast, Jehova, bin derjenige, der es dich büßen lässt.« Und indem Daniel wegfällt, werden die Knechte zu Belsatzers eigentlichen Gegenspielern. Diese Knechte in schimmernden Reihen, die sich in einem Gelage von Belsatzer bewirten lassen und ausgelassen feiern, diese jauchzende Knechtenschar, die ihm Beifall brüllt, wenn er die Gottheit lästert mit sündigem Wort. Deuten auch sie die Flammenschrift so wie der Leser? Töten sie Belsatzer, damit die Rache Jehovas sie nicht trifft? Darum geht es in der Ballade wahrscheinlich weniger als allgemein um das Verhältnis eines Gewaltherrschers zu seinem Gefolge. So sehr er sich von ihnen auch feiern läßt. Er hat den Bogen überspannt. Und in dem Moment, in dem er den Bogen überspannt hat, bröckelt seine Autorität. Und in dem Moment, wenn die Autorität bröckelt und sie tut es, als Belsatzer Angst zeigt, wird er von genau denen, die ihn bejubelten, im nächsten Augenblick zerfleischt. Wenn wir Belsatzer live erleben wollen, schauen wir die letzte Rede des rumänischen Diktators Ceausescu vor seinem Untergang 1989.